Nummer 4 Zum Radfahren, Skifahren oder für jede Art von Schnee-Sport ist diese Option von Appanfi ideal. Vor allem wenn Sie mehrere Sturmhauben zum Preis von einer suchen, da es sich um ein Set aus drei verschiedenen Teilen handelt. Sein umfassendes Design bietet umfassenden Schutz für das gesamte Gesicht, wobei die Augenpartie für gute Sicht frei bleibt. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Produktlink. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Sie besteht aus einem elastischen Stoff, der sich der Form von Kopf, Gesicht und Nacken anpasst. Diese Sturmhaube ist ideal für alle, die Komfort und Schutz suchen, und eignet sich auch sehr gut für den Einsatz auf dem Motorrad. Hergestellt aus Polyamid und Polyester, synthetischen Materialien, die sehr schnell trocknen und Feuchtigkeit effektiv verdampfen. Sie ist die ideale Wahl für Übungen im Freien, schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein und behindert nicht die Sicht. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2 Beim Skifahren, Wandern, Snowboarden oder Schnee-E-Sport im Freien schützt diese Sturmhaube den Kopf dank ihres thermoaktiven Designs vor kalten Temperaturen, Schnee, Staub und Wind. Sie ist sehr angenehm zu tragen, da sie perfekt unter einen Helm passt und als Halskrause oder Halbmaske verwendet werden kann. Sie ist aus hochwertigen, langlebigen und widerstandsfähigen Stoffen gefertigt und absorbiert den Schweiß effektiv. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Schnee und Kälte müssen kein Problem sein, wenn man im Winter mit dem Fahrrad unterwegs sein will. Mit der richtigen Ausrüstung ist diese schnell trocknende Sturmhaube optimal für das Radfahren und andere Aktivitäten geeignet. Sie hat ein warmes und atmungsaktives Design, das sie warm hält, aber auch eine gute Atmungsaktivität bietet. Es wird aus synthetischen Stoffen wie Polyamid und Elastin hergestellt, die dafür sorgen, dass sie schneller trocknet als andere Materialien. Einen Link zu diesem Produkt finden Sie in der Beschreibung. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Einen Link zu diesem Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung.